Hallo ihr Blutsauger und herzlich willkommen zurück zu Vampire. Ja, wir sollen mit Edgar Swarnsey reden über das Blut, was wir aktualisiert haben, erforscht haben. Und, na quatschen wir jetzt gleich mal mit dem Dude. Gehen wir erstmal hier rein. Hey, bist du zu Hause, Boy? Wir müssen quatschen. Bitte, spreche ich. Aber ich habe etwas wichtiges zu erzählen. Diese Strain der Blut. Es ist sehr unterschiedlich von dem, was ich in Europa gesehen habe. Es ist sehr schade. Really? Was macht ihr das sagen? Ich habe nur den Blut von einem unserer Vorabschieden. Ich verstehe. Hast du noch etwas mehr zu gehen? Diese Strain spreadiert und sieht wie die Spanische Flühe, aber die Strain der Blut sind sehr unterschiedlich. Die Blut von London ist anders als die Kontinente. Das ist sehr interessant. Hast du etwas anderes? Ja. Das ist sehr, wie die Flühe, die Infected beginnt zu showen, eine Anerkennung in die Anerkennung in die Anerkennung in die Anerkennung in die Anerkennung. Das ist mehr als einfach eine Anerkennung. Once docile people become violent. Du sagst, wie Rabies? Ist es eine Chance, dass wir eine Vaxine schaffen können, Jonathan, wie Pasteur? Bei der Stohr, das würde es schmerzen. Da gibt es viel, was wir nicht sehen hier sehen. Aber es ist spätig, und schnell. If we don't act, the whole city could be lost. Aber Jonathan, wir haben eine fantastische Möglichkeit, hier in front of uns. Eine Weapon der Wahl. Was auf der Erde bedeutet? Warum, du, mein Lieber? Mit deinem Expertise und deinem Blut, wir können die Anerkennung durch die Anerkennung durchsendet werden. Think about the possibilities. I admit, it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Bohnen, Marys Bestattung bei. Klasse. Aber wir gehen uns vorher, ähm, gehen uns vorher noch ausruhen. Mich ein bisschen noch weiterentwickeln. Ein bisschen, einfach ein bisschen. Wiesel. Ähm. So, das haben wir mal Wut freigeschalten. Ähm. Ich hab'n schleier Sprung. Zustand des Körpers. Ah, da können wir nochmal die Gesundheit ein bisschen hochpumpen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Blutsperr. 2000. Warte mal her. Ah, das geht fett. Das muss man nehmen. Ein bisschen mehr heilen. Das passt schon so. Die folgende Nacht. Vermisstenfälle im Whitechapel. Immer mehr mäßigste Vermisstenfälle in den letzten Wochen. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugenschlangen stehen müssen, um Polizei die Aussagen machen zu können. Auch wenn diese Familie im ganzen Land austreten scheint, konzentriert sich die Aussage der letzten 40 auf einen einzigen Gegend im ganzen Land. Whitechapel in London. Ein weiteres Mal überlastet man verschämt und abscheunend East End mit zahlreichen Problemen sich selbst. Aber trotz dieser neuen beleidigen Achselzucken der Behörde, Zeichenfamilien aus den Bezirken beim nächsten Polizeidressrevier unerklärlichst verschwinden als Verwandten oder Nachbarn gemeldet. Was ist da mit diesen vermissten Personen geschehen? Wo sind sie? Die einzige Verbindung zwischen ihnen scheint daran zu bestehen, dass sie krank waren. Und umgehend medizinische Behandlung bedurften. Bis vor kurzem war es vor ein Ort gut gehüttes und nur ein weglifftes Geheimnis, dass solche Hilfe nur in einer unbekannten, guten Samariter geführten Geheimapotheke zu bekommen war. Doch dieser scheint geschlossen zu sein. Und niemand weiß, was aus ihr wird. Haben sich die Verschwundenen an einen Ort begeben, der noch schwerer aufzufinden ist, wurden sie ohne großes Aussehen in ein offizielles Institut verlegt. Schon bald werden die Londoner Gesundheitsbehörden zu diesen Mysterien Stellung nehmen müssen. E-V. E-E-E. 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 Nichts E-V. E-E-W. So. Äh. Ausgesaugt. Vermisst. Der ist vermisst? Okay. Migräne. Blutarmut. Vermisst. Gesund. Also der Dude wird vermisst und sie wird vermisst. Mir ist alles okay. Ah, hier war ich noch nicht. Da ist auch alles gut. Okay. Naja gut, ne? Irgend... I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary. I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Mhm. Das müssen wir tun. Jonathan. Was zugestoßen ist. Okay. Oh mein Gott. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Oh. Dude. Hallo? Eigentlich wollte ich euch aussaugen. Aber Dankeschön dafür. Erkundungsmission. 5. Oktober. Fehlstand der Wache von Bryden. East End Patrouille. Betrefft Vampiraktivitäten. Krankenhaus erkunden, untersuchen. Vor drei Tagen hat unser neuer Rekrut ein Gerücht über eine Vampirin vernommen, die sich Prampo Cosper Londoner East End verstecken soll. Wir kennen nur ihren Vornamen. Tamela. Ihr habt die Aufgabe, euch unauffällig dort hinzugegeben. Alle Verdächtigen natürlich bezüglich vorgenannten Blutsaugerinnen zu beobachten und ausschließlich direkte Meldung zu bauen. Wir werden dann anscheinend entscheiden, was zu tun ist. Okay. Untersuchung aktualisiert. Das falsche Ziel. Ja gut. Haben wir die auch mal ledig, die Typen? War aber auch gerade ein ganz zufällig. Ja. So. So. Black Wall. Ich muss aber da durch, ne? Ich muss da durch. Ich muss ja zu meiner Schwester. Ich muss ja zu meiner Schwester. Ja. Aua. Aua. Komm her. Gib mir ein bisschen was. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Ich hab voll jetzt noch so nah. Ich hab auch das Licht aus. Ein Mann frei. Okay. Interessant. Interessant, interessant. Schade, komm ich nicht rein. Hä? Wo müssen wir denn jetzt? Whitechopper Street. Ich denn jetzt? Ach, hier, das war das, äh, das Gebäude, genau. Da will ich nicht lang. Da will ich überhaupt nicht lang. Wir sollen zu der Beerdigung unserer Schwester. Da haben wir für keine Zeit jetzt. Wie so ein Kram. Ich, ich hab hier was vor, ne? Also, da bist du mir im Weg, mein Freund. Hab's ein bisschen eilig. Mit für Nöten. Aua, Aua, Ainand, der sie rettet. Oh, Alter. Oh, Alter. Jetzt stirb doch endlich. So. Are you all right, Miss? I, I don't know. Who were those people? They, they wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shao Shun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder. This man's far too old, to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Ich muss jetzt erstmal zur Beerdigung unauffällig teilnehmen. verarsch mich nicht. Alter, verarsch mich nicht. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Aua, Alter. Jetzt gib mir dein Blut. Und halt die Klappe. Nicht aus. Soll ich noch hochkommen? Ähm. Okay. Ei, ei, ei. Das ist echt witzig. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Scheiße. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commit... The soul of our sister departed. And we commit her body to the ground. Earth to earth. Ashes to ashes. Dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madame. Oh, Avery. I feel so tired. Please take me home. Yes, madame. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing, one thing, this is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And... And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies. Feeding your remorse. We are weakest when we grieve. And the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. And time has taught me to deal with guilt. If not erase it. What should I do then? St. Mary's church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. It's not fair. It's not fair. I cannot enter. Na, klasse. Ich wollte eigentlich gerade echt noch... Hallo? Ah, ich hasse alles. Alles. Hass ich. Die Sache ist jetzt einfach die. Ich brauche noch... Eine kuriose Formel. Ähm. Ich brauche noch Sachen. Ich habe ja noch da unten die Quests gehabt. Was ist da nochmal runter? Von der anderen Seite kam ich, ne? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch mhm hm 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 Ja, wiedersehen. Newborn, du schweigst du von Angst und ohne Wunschung. Du schweigst, verblüht deinem alten Körper. Was willst du von mir? Ascalon nicht verhebt von dummen Wölfen, die in unseren Päsen nehmen. Also dein Name ist Ascalon? Das Wille von Ascalon ist die Vampirin. Interessant. Die machen das schon. Ich hab da volles Vertrauen. Ich hab da volles Vertrauen. Was ist das, was du willst? Ich bin sorry, dass du dich in eine Zeit langsamer. Keine Angst, mein Junge. Ich bin noch ziemlich wunderschön, wenn du von einem Geheimnis zurückkommst. Ja, ich weiß. Ich habe vergessen, was ich wollte. Ich weiß nicht... Kann ich dir helfen, Kind? Du bist ein bisschen vertraut. Ich habe nicht die Möglichkeit, um die Grenze zu erreichen. Ich wünsche mir, um meine Geheimnis zu verletzen. Die Kirche ist verletzt, von der Bischof. Aber ich bin noch der Vicar von St. Mary, wenn das für dich, mein Junge. Sie sind eine gute Geheimnis zu verletzen. Vicar. Aber das ist ein Thema persönlicher. Es gibt keine Geheimnisse von Gott, mein Junge. Wenn dein Herz braucht, dann schau ich in deinem Kirche. Ich bin ein Böner. Ich bin ein Böner. Ich bin ein Böner, weil ich bin ein Böner. Ich habe ein Böner. Ich habe ein Böner für einen, aber nicht die Geheimnis zu hören. Sie sind nicht für die Gösse zu hören. Deine Augen schlafen mit Rade, aber ich sehe die Schmerz, die überliegen ist. Ich bin hier, um den Füchern zu schützen, von allen Gädern. Was, was du erzählst, ist zwischen uns und der Lord. Sehr gut, Priester. Du bist ziemlich bedrohend. Bist du dein Herz, mein Kind. Sag mir, was du schützt? Mit dem du willst du sprechen? Ich weiß, dass ich sie bedrohte. Du bist so verletzt, wegen der Verlust dieser Mädchen. Was ist mit ihr? Sie hat sich gelegt. Das ist alles, was du wissen. Ich verstehe. Und wie fühlst du, mein Kind? Ich wünsche mir, dass ich alles vergessen konnte. Ich habe eine letzte Frage für dich, mein Kind. Das ist der wichtigste Frage. Ich frage deine Frage, Vicar. Wie kann diese Schöne dich hören, wenn du selbst nicht hören kannst, wenn du selbst nicht hören kannst, und dein Rolle in dieser Tragedie? Ich frage dich, Mary. Ich frage dich, Mary. Ich frage dich, die Kuh ist total zu können. Ich frage dich, aber... Ich frage mich, meine Kind. Ich frage dich, mein Kind. Ich frage dich, mein Kind. Okay, gut. Dann beenden wir den Part und sehen uns dann den nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.